Los! Meine Damen und Herren, wir sind hier bei der letzten Weltmeisterschaft, beim letzten Weltmeisterschafts-Tournier 2010. Weiter Abstoß von Robert Jaws. Mech hat ihn, oh der ist gefährlich, der ist drin, der ist drin, der ist drin! Robert geschlagen, Robert muss hinter das Tor greifen, der ist drin! Die Gegenspieler beschweren sich, aber der ist drin, der ist drin, Mechia mit dem Prinzenfuß, mit dem Prinzenfuß. Oh, schön, Alter, ganz los, das ist wie der Schuss und über das Tor, wie unerwartet. Wie der Kameramann Standby? Weiter Abschlag von Robert Jaws, Mechia, der syrische Kurde renntet der, Schuss! Und Robert hält, Robert pariert! Robert Jaws, Zukunfts-Tourbad und kurzer Abschlag, gefährlich! Der zählt nicht! Kamera war nicht online, Kamera war nicht online! Nein, nein, das war falscher Fall! Nein, nein, das zählt! Ey, das zählt nicht, hier eine Aufnahme vom Stahlspieler, vom libanesischen Stahlspieler, Mirouan. Oh, Mann, hier setzt sich stark gegen Ulcan durch, Ulcan, keine Chance, aber Ulcan kriegt ihn noch irgendwie. Mechia, mit der großen Chance, aber kein Tor, kein Tor. Mirouan mit der großen Chance, aber er vergibt die Abschlag. Mechia, mit dem Ball, Mechia spielt den anderen Ball fair dahin. Mechia, mit dem Ball, der hat einen Wumms, der hat einen Wumms drauf. Mechia, ein Königs-Dribbling, da vernascht er Ulcan. Das war kein Aus. Oh Gott, der Kamerabend ist mitten im Gefecht. Und, oh, davon nascht er ihn. Aber der Tor hat sich zur Stelle. Der Tor war Robert Jauß. Jauß. Der Display ist ganz schön klein, wo man filmen kann, denn seine Kameras ist scheiße. Hätte ich bloß noch ein iPhone dabei. Er ist abgegangen. Ulcan setzt sich da durch. Ulcan gegen Mechia und den verschlingt er zum Frühstück. Und der ist aber nicht drin. Hey, wie gehört der Ball? Hey, soll ich alles reingelassen, wie gesagt? Wie gehört der Ball? Achso. Es geht hier weiter. Sorry für die Störung. Und da ist der Schuss. Und der ist drin. Hey, guck mal, was soll ich machen? Was für ein schlechter Tor, meine Damen und Herren. Was soll ich machen? Da kannst du runterspringen. Das, der ist wie Hanke. Der hält nicht mehr die hundertprozentige hin und hier. Der Star ist weiter. Der Beste auf dem Spielfeld, der syrische Kurde. Das macht Werbung für Eisdrewerbung. Ja, Eisdrewerbung. Und da. Milan gegen Ulcan. Das Rivalenduell. Und da geht wieder zu Boden, aber kein Foul. Kein Foul, kein Foul. Eine schlechte Schreibe. Weiter geht's. Hey, warte, Ulcan hat, Ulcan hat wegen Unsportlichkeit. Robert hat, ey, Robert hat. Robert hat. Nicht mal den Kanal, meine Damen und Herren. Nicht mal den. Ich hab nur ein Ding reingelassen. Ja, aber was hast du ein? Ja, und? Das war genau ins Winkel. Also, es war okay in den Winkel. Sorry. Ja, du hast doch nur einen Stoß. Ey, wurde mal Fenerbahce Champions-League-Meister-Sieger. Nein, ich mag mich. Wie schlecht. Wurde mal Hamburg-Champions-League-Sieger. Ja. Hast du meine Allgemeinschaft europäisch teilgenommen? Ja. Ja. FK-Tirana. Ohne Erfolg. Ja, FK-Mann. FK-Tirana. Ja, FK-Tirana-Erfolg. FK-Tirana-Erfolg. Ja, dann ist KMI. Du, schietiesst. Das war hier. Da sind wir festgelegt. Ja, joins mich zurück. FK-Tirana, dass wir festgelegt haben? Das war da hinten? J Da achten sie ihn einfach nicht, da achten sie ihn einfach nicht. Oh, was für eine Parade. Was? Ne, könnte man locker halten. Ganz schlecht, ganz schlecht. Wie zoome ich hier? Ah, ich zoome jetzt. Oh, Meruan, mit dem Traumtor. Mit dem Traumtor. Ey, Meruan, ich hab gezoomt. Oh, Jan gewinnt das Duell. Oh, Jan! Der ist drin! In die Mitte und der ist drin! Und diese beiden sind weiter. Die aus dem Nahen Osten sind weiter. Die aus dem Nahen Osten sind weiter. Die Arabs. Und die Asozialen. Und da zoomen wir doch mal ganz kurz. Nicht, dass er in Folge geschieht. Und Mina, der ist dribbelstark. Der ist dribbelstark. Der setzt sich da auch durch. Und das hat man nicht so richtig gesehen, weil ich gezoomt habe. Da weiß jeder was. Das ist Stefan. Aber Robert hat ganz voll gehalten. Hab ich nicht auf Band, aber... Was da machen? Und ein Tor, dann! Nicht auf den Kameramann. Und da trainiert schon Micha, der Stricher. Da holt. Da, Robert. Er muss furzen. Er hat gefurzt jetzt. Robert riecht das nur nicht, aber wird es gleich riechen. Und da wieder das Duell. Da zoomen wir mal wieder ran. Da haben wir noch keinen Sieger erkannt. Doch Ulcan ist vorne. Ulcan ist vorne. Und da zieht Milan. Da zieht Milan ganz klar. Ja, und das muss die gelbe Karte geben. Das muss die gelbe Karte geben und... Oh, ganz voll. Der Nachwuchsstürmer der Türkei. Sumuruncu. Dass sie alle was gegen Kurden haben. Ulcan, der Kurdistan City Warrior. Beim Freistoß. Der Nachwuchsstürmer der Türkei. Hey, mir war nur eine scheiß Kamera. Nein, lass dich mal rein. Hey, Miri, ja, lass dich mal rein. Robert, komm mal rein. Robert muss ins Tor. Testschuss. Testschuss. Ja, Testschuss. Testschuss, noch ein. Oh, nur weil er nicht getroffen hat. Trompass. Er ist für ein Disco-Kurier. Disco, Pogo, Ding-Ali-Ali. Ding-Ali-Ali. Coca-Cola? Ey, ich nehme meinen Freistoß auf, ja? Okay, ja, ich nehme deinen Freistoß auf, ja? Da ist ein Sumuncu. Der hinter mir ein Killer. Hey, warte! Warte! Ich brauche bessere Kameraperspektive. Warte, damit ich auch die Dings sehe. Oja, schieß die mal weg. Gib die mal. Komm, wie du siehst. Bereit? Bereit! Geil! Besiktas! Besiktas! Galatasaray! Femme Batsch in Istanbul wie die Türkei! Freestyle! Guck, ich mache die Baseline. Hallo! Wieder filmen! Bumm! 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 Und schlecht. Ja, film. Er trifft doch so oder so nicht das Tor. Sag ich doch. Übers Tor. Guck, nicht mal sowas trifft er. Guck. Hallo Leute, ich spiel. Das ist Ulcan. Fenerbahce spielt. Ey, ey. Hat Fenerbahce mal die Champions League gewonnen? Hat eine albanische Mannschaft die Champions League gewonnen? Nö, aber ich sag auch nicht, dass ein albanisches Team das Beste aus der Welt ist. Ich sag euch nicht, dass Kf. Tirana Bayern weghaut. Ich sag euch nicht, dass Kf. Tirana Arsenal weghaut. Er sagt auch nicht, dass Kf. Tirana Köln weghaut. Ich sag euch nicht, ich sag euch nicht, dass Düros. Köln hat fünfter gegen Fenerbahce. Ich sag euch nicht, dass Düros besser ist als, wie hat er gesagt, als Djilko. Er hat doch gesagt Alex D'Souza oder D'Souza, keine Ahnung, ist besser als Jekko. Und ich sag auch nicht Fan Apache ist besser als Bayern. Oder er sagt Rüschte ist besser als Ribery. Genau, genau. Rüschte. Er sagt Alex ist besser als von Beuthy. Zu meinem fucking Handy von mir. Ich kriegst ihn raus. Ja hier, Jake. Sein fucking Handy. Nehmen wir Aufnahmen vom Handy. Reingeguckt. Mach ich einfach, kannst du holen. Möchel. Ey, wo ist mein Ball nur? Wo ist mein Ball? Wo ist mein Ball, ey? Fetty. 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 Wo ist mein Ball? Wo ist mein Ball? Keine Ahnung, wo ist dein Gott? Da. Wo? Keine Ahnung. Ey, wo ist mein Ball? Wer hat mein Ball weggeschossen? Können Sie auf Video kommen? Ich will nix wissen, es ist Sammy. Auf Video. Oh! Oh! Ah! Ich hab keine Hobbies. Weißt du? Mann, denkst du, du bist... King Guinness, ne? Ey. Lass mal. Ich sage, mir roll ins Kopf, lass mal. Wunder prozest. Wie haben mein Ball abgefuckt, die Notensöhne. Ey, wo ist mein Ball? Wo ist mein Ball? Ja, jetzt ehrlich, wo ist mein Ball? Wunder voll Arsch, ey. Wunder voll Arsch. Ey, wo ist mein Ball? Ey, wir wissen, warum du ihn nicht mehr findest? Weil du gesagt hast, dass dein Ball weg ist. Ja, wegen Emre, ne? Ich schwöre, das ist so. Das ist so. Das ist so. Warum? Warum? Extra in den Himmel. Was denn? Das ist mit Emre unter dem Ball. Hier ist der Junge und der Emre blutig geschlagen. Nein. Er hat Blut gespuckt gegen ihn. Boom! Mann! Ey schon, wir wollen zenten. Hör mal auf, ey! Sei da! Hör mal auf, hör mal auf! Tschüss! Ah! Mach auf, Mann! Ey, das ist auf dem Arsch, hat wehgetan. Hör mal auf, jetzt, ehrlich, jetzt. Guck mal, das ist gar nicht mehr witzig, Junge. Ach, Junge. Wies runtergefallen, ne? Ey, ich jetzt, Guck mal, Junge... Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf! Hör mal auf, hör mal auf!